Herzlich willkommen zum Neumond-Horoskop-Sonnenfinsternis-Horoskop für Oktober. Und zwar ganz genau am 14. Oktober findet eine Sonnenfinsternis statt. Die kann man bei uns in Europa nicht sehen, aber in Amerika wird sie spektakulär, also wirklich die Sonne abdunkeln, also verdunkelt der Mond wirklich die Sonne und eine wunderbare Sonnen-Corona rundherum wird da sichtbar sein bei schönem Wetter. Aber bei uns ist sie nicht sichtbar, aber wirkt natürlich auch. Und deshalb, bei uns ist es Neumond und dann eben auch diese Sonnenfinsternis kombiniert, hat natürlich ein gewisses astrologisches Potenzial, verstärkt das natürlich auch. Denn immer, wenn ein astrologisches Ereignis so sichtbar wird am Himmel, dann kann man da durchaus so einen neuen Zyklus eingeleitet sehen. Und was bringt uns denn dieser Neumond bzw. diese Sonnenfinsternis in unseren Breitengraden? Wenn wir uns das anschauen, sie findet, der Neumond findet im Zeichen Waage statt. Das heißt, wir haben Sonne, Mond, die treffen sich im Waagezeichen, du siehst das da unten, und gleichzeitig auch im sechsten Haus. Und da geht es ja grundsätzlich einmal als Thema. Sechstes Haus ist so Alltag, ist so Arbeitsalltag, ist so ein bisschen auch das Vorsorgen, also das ist ein Jungfrauenhaus eigentlich. Und das noch in Kombination mit dem Zeichen Waage. Also da geht es auf jeden Fall darum, ein bisschen so vielleicht so Work-Life-Balance finden. Es kann überhaupt sein, dass du in eine sehr gestresste Phase jetzt eintrittst, weil manche Planeten, wir schauen es uns dann noch an, wie zum Beispiel der Mars, jetzt dann in den Skorpion eintreten. Und das kann schon sehr viel Stress, Unruhe, Streit verursachen. Also da geht es auf jeden Fall ein bisschen so um diese Work-Life-Balance, um diesen Ausgleich. Noch dazu kommt zu dieser Konjunktion Sonne, Mond, der Merkur auch dazu. Und der Merkur, da geht es ja um die Gedanken, da geht es auch um das Handeln. Und da geht es auch darum, so ein bisschen so wirklich sich zu erden, nüchtern zu sein, nicht zu sehr zu träumen, realistische Gedanken zu haben, vielleicht auch konkrete Pläne eher umzusetzen. und vielleicht auch so Gedanken klarer zu formulieren, sich klarer zu kommunizieren. Das heißt, mehr diese Sachinhalte als die emotionale Ebene hervorkehren, um eben diesem Streit, den der Mars da, wo der Mars im Skorpion so etwas brodelt, um diesem Streit zu vermeiden. Wir haben auch grundsätzlich ein Sextil zwischen Mars und Venus. Ich habe es im Oktobervideo schon erwähnt. Und da geht es natürlich auch so ein bisschen um die Leidenschaften, um die Romanze, um dieses Träumerische, um vielleicht auch so Beziehungen, die einem nahegehen, wo man einfach schauen muss, dass man nicht zu sehr persönlich sich in was reinfallen lässt oder sich in etwas verliert, was vielleicht dann nur ein kurzer Flirt, eine kurze Leidenschaft sein könnte. Und man sollte auch ein bisschen aufpassen, nicht manipuliert zu werden in dieser Zeit. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, da kennt mich auf einmal jemand, da trifft jemand genau den Nagel auf den Kopf mit meinen Gefühlen. Also da auch ein bisschen aufpassen. Das könnte durchaus eben schwierig sein und dass man da einfach ein bisschen aufmerksam ist. Wie gesagt, vor Streit und Gewalt ausweichen, das habe ich schon gesagt. Wir haben auch ein Halbquadrat zwischen eben Venus, Sonne und Mond. Das ist auch noch einmal so eine Spannung zwischen der Lebensenergie und vielleicht dem, wo man sich gerne fallen lassen würde. Also vielleicht will man mehr Ruhe oder man möchte ein bisschen mehr Freizeit, aber es ist momentan so ein gewisser Druck wird da aufgebaut, einfach Dinge zu tun und Dinge umzusetzen. Und da bitte einfach darauf aufpassen, dass du dich auch rausnehmen kannst und auch ein bisschen auf diese Venus achtest. Und man sagt, ich brauche auch mal Ruhe in einem guten Rahmen. Weil Ruhe heißt ja nicht unbedingt, dass man zu einer Müssiggängerin, zu einem Müssiggang dann einfach wird, wo dann gar nichts weitergeht. Sondern man sollte einfach da ein bisschen so diese Work-Life-Balance ein bisschen beachten und auch dahinter sein. Wir haben, was diesen Neumond auch noch begleitet, die Opposition, also wir haben den Saturn natürlich auch als prominenten Mitspieler. Wir haben eine Opposition zur Venus. Also da geht es auch noch einmal ein bisschen so dieses, diese realistisch zu träumen, würde ich fast sagen, oder realistische Ziele sich zu setzen. Also nicht zu sehr sich in irgendetwas verlieren, sondern wenn du sagst, du willst dein Ziel umsetzen, dann mach dich dran und setz das auch konkret um. Dazu lädt der Saturn im 10. Haus ein. Und der Fisch ist ja eben so, im Zeichen Fisch ist das so ein bisschen der Traum auch. Und der möchte da jetzt nicht zu sehr abschweifen. Auch in Kombination mit dem Merkur, da gibt es ein anderthalb Quadrat zum Merkur hin. Und das ist immer so mit Frustration gepaart. Das ist eben, meine Vorstellungen lassen sich vielleicht nicht gleich so umsetzen. Und da sind wir wieder bei so einem gewissen Frustpotenzial. Also mach dir bewusst einfach, wo bist du enttäuscht oder wo hängst du selber fest, damit das nicht in einen offenen Streit eskaliert nach außen hin. Also das würde ich dir da auf jeden Fall empfehlen. Da drauf zu achten. Saturn im Trigon zu Mars, also Saturn im Fische, im Trigon zu Mars im Skorpion, ist an sich mal positiv. Das heißt, ich habe auch viele Kräfte, um eben Vorstellungen umzusetzen. Ich muss allerdings aufpassen, mich nicht zu sehr einzumauern, zu beharrlich zu sein. Und wenn man darauf achtet, eben so schau einfach, wenn du genervt bist selber, nimm dich zurück, setz dich einfach, nimm dich raus aus dem ganzen Hamsterrad, bevor irgendwo ein Streit eskaliert. Oder wenn du dich von jemandem genervt fühlst, setz dich selber hin und schau selber, okay, wo bin denn ich vielleicht so unter Druck, dass ich das jetzt viel schlimmer wahrnehme, als es eigentlich ist. Also das würde ich dir da auf jeden Fall empfehlen in dieser Zeit. Was noch dazu kommt ist, wir haben ein Quinkungs zwischen Sonne, Mond und Uranus. Und ja, das ist so eine gewisse Frustration, der Uranus, der ja gerade die Materie durchwirbelt, der auch den Eigenwert durchwirbelt und der womöglich dann auch zu gewissen Sparmaßnahmen zwingt oder gewisse, wenn er dich daran erinnert, sei ein bisschen vernünftig mit deinen Visionen, mit deinen Vorstellungen, mit deinen Planungen. Also das kann noch einmal so ein bisschen so einen Frust geben, wo man sagt, okay, da können auch so ein bisschen so Überraschungen kommen, auch aus der materiellen Ebene oder eine Rechnung, mit der man nicht rechnet, also die einen da ein bisschen zusetzt. Das ist alles jetzt nicht existenzbedrohend oder dramatisch, aber das kann mal auftauchen, also eine plötzliche Rechnung, die ins Haus flattert, mit der man nicht gerechnet hat. Dass es gut ausgeht, macht das Sextil zum Neptun, also Uranus hat ein Sextil zum Neptun auch, also der mildert das sicher alles etwas ab. Ja, und letzten Endes kommen wir noch zur großen Konstellation, die ich auch schon erwähnt habe in meinem Oktobervideo und das wäre das Quadrat zwischen Mars im Skorpion und Pluto im Steinbock. Und das ist eben wirklich so ein hohes Aggressions- und Frustrationspotenzial. Im Positiven wäre das auch eben unglaublich viel Kraft, also eine unglaubliche Beharrlichkeit, die man da aufbauen kann, die aber eben auch zu einer Gewalt kippen kann. Und diese Kombinationen, ich habe es auch, wie gesagt, schon im Video letzte Woche erwähnt, sind natürlich schon ein bisschen schärfer dann auch, was Krieg, was Eskalation angeht und auch was dann Unfälle auch angeht. Also da bitte einfach aufpassen, einfach zur Ruhe kommen und sich nicht zu sehr frustrieren lassen. Denn ein Quadrat ist immer so ein Spannungsaspekt, das ist immer so ein Frustrationsaspekt. Und wenn man sich vorstellt, Pluto, der Transformator, der, es soll sich was ändern, es muss sich was ändern und deine Urenergie, deine Lebenskraft stehen da in Spannung. Und die Lebenskraft ist im Skorpion natürlich auch eher im Kopf drinnen. Dann kann das irrsinnigen Stress machen, eine Sturheit machen, so ein Prinzip, ein Reiten auslösen. Und da bitte ist darauf zu achten, dass man das ein bisschen lockerer sieht, ein bisschen leichter sieht und dass man sich da nicht rein verrennt. Das ist also, dass wir sehr stark immer mehr in diese plutonische Phase eintreten. Wir haben ja dann zwei Wochen später, am 28. Oktober, da mache ich dann nächste Woche ein Video dazu, noch einmal eine Finsternis, die zweite Finsternis, die kommen ja immer in Paaren sozusagen. Die ist dann bei uns als Mondfinsternis sichtbar bei schönem Wetter und das schauen wir uns natürlich dann auch noch an. Auf jeden Fall würde ich dir empfehlen, von Mitte Oktober weg bis eben jetzt so die nächsten zwei Wochen ein bisschen aufpassen, ein bisschen bewusster sein, dich nicht zu sehr zu verzetteln, kühlen Kopf zu bewahren. Wenn du genervt bist, mach Sport, aber verstrick dich nicht in irgendwelche Ärgernisse oder Konflikte rein. Und es geht unterm Strich dann eh auch gut aus, aber es ist wie gesagt schon eine sehr spannende Zeit. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache sagen. Das Jahr nähert sich dem Ende zu und wenn du wissen möchtest, wie dein Jahr 2024 ausschaut, dann habe ich natürlich jetzt schon wieder Jahresvorschauen in einer Aktion für dich. Und da kannst du um 25 Euro dir ganz leicht dein Horoskop fürs nächste Jahr bestellen, mit allen wichtigen Aspekten, also einfach mich anschreiben gerne und dann erstelle ich dir gerne dein persönliches Horoskop. Ich wünsche dir alles Gute, eine gute Zeit. Wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erini. Tschüss, bis nächstes Mal.